Unglaublich. Der Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in der Ukraine am Schwarzen Meer wurde zu einem Ereignis, das sowohl für Schlagzeilen als auch für kontroverse Diskussionen sorgte. Die Reise sollte dazu dienen, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine zu stärken und Solidarität im Konflikt mit Russland zu zeigen. Doch plötzlich wurde die politische Mission von Baerbock von einer unmittelbaren Bedrohung überschattet, als eine russische Drohne gesichtet wurde und die Gefahr eines Luftangriffs bestand. Die Situation war äußerst beunruhigend, da die Region bereits unter Spannungen stand und die Präsenz von russischen Streitkräften die Unsicherheit verstärkte. Baerbock und ihr Team wurden gezwungen, ihre Aktivitäten abrupt zu beenden und sich in Sicherheit zu bringen, als die Drohne gesichtet wurde. Der Vorfall löste eine schnelle Evakuierung aus, um das Leben der Ministerin und ihrer Begleiter zu schützen. Die Medien berichteten intensiv über die dramatischen Ereignisse. Allerdings wurden auch kritische Stimmen laut, die die Authentizität der Ereignisse infrage stellten. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass Baerbock auf den Fotos keine Schutzkleidung trug und sogar auf High Heels durch das Kriegsgebiet lief. Diese Tatsache führte zu Spekulationen darüber, ob die Situation tatsächlich so gefährlich war, wie dargestellt wurde, oder ob es sich möglicherweise um eine Übertreibung handelte, um politische Aufmerksamkeit zu erregen. Für viele scheint es daher eher wie ein weiterer peinlicher Vorfall um Baerbock. Die Diskussionen über die Glaubwürdigkeit des Vorfalls warfen auch Fragen nach der Rolle der Medien und politischen Inszenierung auf. Einige warfen den Medien vor, sich auf spektakuläre Geschichten zu konzentrieren, um die Auflage zu steigern, anstatt eine objektive Berichterstattung zu liefern. Andere betonten die Bedeutung einer kritischen Berichterstattung und einer unabhängigen Überprüfung der Fakten, um sicherzustellen, dass politische Ereignisse nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden. Insgesamt verdeutlichte der Vorfall um Annalena Baerbock die Komplexität der politischen Kommunikation und die Herausforderungen, eine ausgewogene und glaubwürdige Darstellung von Ereignissen in Krisengebieten sicherzustellen. Er unterstrich auch die Bedeutung von Transparenz und Vertrauen in politische Führungskräfte und die Medien, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten und die Unterstützung für politische Maßnahmen in Krisenzeiten zu gewinnen.